Irgendwas steht da. Ich muss irgendein besonderes Monster töten. Ah cool, ich hab hier zwei Partimenbers. Weil gerade stand eigentlich nur einer. Warum hat er so viel ausgehalten? Die Map hat sich erweitert wie ich gerade sehe. Und hier ist der Wächter. Da blinkt das schon mal. Da ist glaube ich ein Portal zur anderen Welt. Ah okay, hier ist er. Toll mein Leben. Dumm Zauberer hier. Okay, gut. Mal gucken was das für ein Gegner ist. Hoffen wir mal ein Unbekannter. Ah okay, es sieht schon mal sehr unbekannt aus. Eine Krabbe. Ich werde jetzt einfach hier. So. Und das. Kann ich ja gar nicht. Das hier ist gerade direkt betäubt. Ja toll. Greif ich direkt die dumme Stelle an, wo der kein Leben verliert oder wie. Aber verliert denn der überhaupt Leben? Oh. 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 Oh mein. Hey ich komme mir jetzt irgendwie blöd vor. Ich glaube es sieht auch aus wie ich hier gerade spiele blöd. Okay eine Kau. Ja. Toll. Ich bin glaub ich tot. Ich bin tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh zu denen. Ja geh. Und du. 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 Du mal. Typ steh auf. Jetzt trink das endlich. Ja. 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 Du. Ja. Ja. Geht doch. Deiner Hemmorde oder was. Ja. 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 Ah. Ja. Ja. nein nein das ist ein paar mobs von monster unter das denn jetzt ist eigentlich jetzt war das jetzt ein Objekt geht doch nicht so offensiv drauf wie lehm hat die geil das ist ja aber viel Geht doch weg Also wie ihr gesehen habt, Bildschirm war schief Aber eine Seele freuen wir uns noch immer Ok Okay, ich leuchte rot. Ja, dann.